So, guten Tag zu einem kleinen Tutorial-Video. In dem ersten geht es jetzt einfach mal um die Basics. Und zwar, in dem ersten Video zeige ich euch, wie man Bretter macht. Ich meine, das ist eigentlich fast jedem klar, wie man Bretter macht. Aber viele wissen es nicht. Und deswegen zeige ich euch einfach mal, wie man Bretter macht. Und zwar, man geht zu einem Baum. Macht den Baumstamm platt, drückt auf E. Dann kommt ihr hier an das Fenster. Also das ist jetzt halt hier das Fenster von der Werkbank, weil wir in dem Kreativ-Modus, wenn wir auf E drücken, diese vier Kästchen, die man normalerweise im Craften hat, gibt es jetzt hier halt im Kreativ-Modus nicht. Egal. Von daher geht ihr einfach auf das Fichtenholz, macht es rein und schwupp, habt ihr schon Bretter. Tada. Das war es auch schon mit dem ersten Video. Dankeschön.